Ihr kennt vielleicht meinen Namen, aber ihr kennt nicht die Legende. Ich besutze die Unschuldigen. Wir verdanken ihm alles. Und bei meiner heldenhaften und nobleren Streben nach Gerechtigkeit kann ich nichts ablenken. Blutrünstige Banditen haben alte Mächte wieder entdeckt, mit denen sie die Welt vernichten können. Carter, kannst du uns helfen? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich helfe euch.